Das ist das alles. Ohne den KV rein. Bei der Luft zu tun. Oder für das Material natürlich immer grün zu werden. Das Feuer wird der Fall nicht immer größer werden. Wenn wir jetzt noch 1-2 Minuten Zeit haben, also da sind alle Sitzzange. Jede von diesen Sitzzange hat vorher eine andere alte KV. Damit wir jede KV- und Rohmaterial richtig verheißen können. Und wenn ich die schöne Materialstelle aus dem Feuer holen möchte, um es zu bespiegeln, kommt nicht um die Haltjahre der Sange zur Halbjahre, wie ihr kippt. Damit das Materialstück heute nicht viel hängt, dann würde ich mir noch mit dem KV-Gang schnell, gesackt und natürlich vor allem auch sicher zu spiege. Oh, ich warte mal, was da rum ist. Und ob schon wieder nach unten gesagt wird. Ah, wieder nach unten gesagt. So, jetzt denke ich an der Sange an. Dann müssen wir runterfällen. Ich lasse die Haltungen um die Halbjahre und lasse die KV-Gang zu feuern. Ja, ich werde das Feuer um ca. 0200, 200, 300 Grad rein. Natürlich zunehmend ist die spezielle Spiegel Wohl ein gewisser Steigmodell in der KV-Gang da einzeln. Und die beiden, es geht auch nicht weiter runter. Das ist zwar gar nicht